Der Titan Doppel R ist die dritte Generation der Titan-Handschuhe. Wir haben 2005 angefangen mit dem Titan, dann kam der Titan Evo und jetzt ist uns mit dem Titan Doppel R ein Handschuh gelungen, der die Messlatte für Sporthandschuhe nochmal nach oben setzt. Der Ausgangspunkt bei der Entwicklung des Handschuhs war die ganzen Sturzhandschuhe, die wir von unseren Rennfahrern eingeschickt bekommen. Nach intensiver Analyse der Handschuhe sind uns doch zwei potenzielle Schwachstellen aufgefallen. Diese fanden wir an der Naht am Zeigefinger Oberhand sowie am Handballen. Die seitliche Fingernaht haben wir aus diesem Grund auf die Oberhand gelegt, um hier mit einem weiteren Känguru-Leder diese zu verdecken und vor Abrieb im Sturzfalle zu schützen. Der Handballen wird durch unser Rochenleder geschützt und die Schwachstelle hierbei ist die Naht. Aus diesem Grund haben wir die Naht nach innen verlegt, damit der Rochen nicht nur den Handballen schützt, sondern auch die Naht. Das optisch Auffälligste an unserem neuen Titan Evo ist die Titan Knöchelschale und die Titan Seitenschale. Hier haben wir versucht den Schutz des alten Modells zu übertragen, aber trotzdem den Handschuh komfortabler zu machen. Bei der Knöchelschale sind wir auf die zwei größten Abriebspunkte gegangen, die erhaben sind, trotzdem sehr beweglich sind durch diesen Spalt. Und auf der Seitenschale haben wir ein ganz großes Titanelement, das im Falle eines Sturzes den kompletten Handrücken schützt. Um den Komfort im Handschuhinneren noch zu erhöhen, haben wir ein kühlendes Material verwendet, sowie unser Held AMA-Protect, welches extrem reißfest und abriebfest ist. Der Handschuh ist nicht nur für die Jungs auf der Rennstecke gemacht, sondern für alle sportlichen Fahrer, die Wert legen auf Sicherheit, Komfort und Passform. Amäen